So, können wir anfangen? Ja, stell ich mal aufs Kreuz. Was? Aufs Kreuz? Ich denke du machst einen Stern. Was? Weihnachtsstern. Ach du meinst du den Hintergrund? Ja, das wird später Weihnachtsstern, dann schneide ich dann aber ein Video rein. Ah, du meinst doch den Green Green? Green Green, ja. Du hast ja auch gesagt, Green Green. Wo komm ich dann her, aus Baden-Baden? Ne, aus Pirmasens, Pirmasens. Wirtzbach. Was? Wirtzbach. Ist ja gut. So, wo muss ich dann hingucken? Alter, da in die Kamera. Okay, du sagst mal, was los geht. Und bitte? Kann ich? Ja. Muss man doch nicht Action sagen? Von mir aus so ein Wildsch. Un-Action. Wo ist denn mein Telepointer? Dein was? Meinst du die Pappe, die du da geschrieben hast? Jo, ich wollte auch mal Fachausdruck hinbringen. Halt doch das komische Plakat, die da hinten steht. Aha. Und Action. Ich wünsche jedem Mann ehrlich, von Wuppertal bis Mülheim-Kerlich, ne wunderschöne Weihnachtszeit mit Ruhe und Besonnenheit. Und ich nehm es ganz genau, das wünsche ich auch jeder Frau. Und man darf auch nicht... Katz. Was dann? Du hörst dich an, wie bei der Pfasen macht. Ey, das ist Weihnachten. Mal so ein bisschen besinnlicher, hässlicher. Meine lieben Freunde. Ich wünsche jedem Mann... Jetzt, jetzt hörst dich wie im Parlament an, ey. Hey. Ich wünsche jedem Mann herrlich. Und jetzt, wie Pfarrer. Ey, das ist immer noch Weihnachten. Immer so ein bisschen fest. Hast du nix anderes? So ein bisschen persönlicher, so individuell, einfach aus dem Herzen raus. Hast du nix? Mach einfach mal. Ja. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Ruhige, besinnliche und friedliche Stunden mit euren Lieben. Für 2020 wünsche ich euch Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit. Ja, das war schön. Gell, das war schön. Das war schön. Ja, das war gut. Das war echt schön. Ja, schön. War echt schön. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Ja.